Hey meine Lieben und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Insta-Tour. Ja, meine Lieben, die einen trennen sich und die anderen heiraten. Melissa Jabirji ist nun verheiratet. Dies war eine große Überraschung für all ihre Follower. Seit langem ging wegen eines Ringes schon das Gerücht herum. Ist Melissa schon wieder verlobt? Nun haben wir die Antwort. Melissa ist unter die Haube gekommen. Die standesamtliche Trauung wurde im kleinen Freundes- und Familienkreis im Easy Steakhouse gefeiert. Melissa mit einem sehr schlichten Brautkleid von Sima-Couture und Jimmy Choo Schuhen. Hater hatten nebenbei einen ganz besonderen Reiz, unter den Bildern des Ex-Verlobten Onur zu kommentieren und zu verkünden, dass Melissa verheiratet wäre. Doch Onur ist souverän geblieben und hat öffentlich in seiner Story geantwortet. Da unangemessene Nachrichten oder die Bilder und Videos nicht aufhören, bitte ich euch, damit aufzuhören. Jeder Mensch hat verdient, sein Glück im Leben zu finden. Man sollte diesen Menschen dieses Glück in vollen Zügen genießen lassen und die Vergangenheit mit so vielen nicht relevanten Informationen nicht aufholen. Bitte, bitte vermischt die Vergangenheit nicht mit der Gegenwart. Zeigt etwas Respekt und lasst jeden seinen Moment leben. Wir wünschen auf jeden Fall dem frisch vermielten Ehepaar alles Gute. Das war es auch schon von mir. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal bei InstaTalk.